Musik Musik Also wir haben die Sommermonate über, haben wir unseren Biergarten sehr, sehr beliebt bei unseren Gästen Sowohl bei den Einheimischen, sage ich jetzt mal, als auch bei den Touristen Darüber hinaus unsere Gaststube, die man halt auch für schlechten Wetter nutzen kann Ja, darüber hinaus haben wir unseren Saal mit unseren Veranstaltungen Heißt von Hochzeiten über Firmen, Events, Geburtstage, allem Mögliches, was wir in unserem Saal veranstalten Ja, das ist so ein familiäres Verhältnis einfach, es ist einfach schön Es macht einfach Spaß herzukommen, man kommt gerne her Ja, nicht nur der Ort an sich, also was spricht sonst für sich Also die Leute heiraten bei uns, machen ihre Hochzeitsfeier bei uns Und wir dürfen halt hier arbeiten, das spricht eigentlich für sich Also das ist einfach schön Musik 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 Musik